Alexa, lerne meine Stimme. Okay. Benötige ich deinen Namen und dann werde ich ein Stimmprofil für dich erstellen. Es dauert nur einige Minuten. Stelle zunächst sicher, dass alle Alexa-Geräte in der Nähe stumm geschaltet sind. Ich werde dich bitten, zehn einfache Sätze auszusprechen. Wenn du etwas wieder hören möchtest, sage einfach wiederholen. Ich bin bereit, deine Stimme zu lernen. Sprich mir nach. Alexa, ja, halte bitte die Musik an. Fast fertig. Sage Alexa, wie viele Sprachnachrichten habe ich? Alexa, wie viele Sprachnachrichten habe ich? Fertig. Freut mich, dich kennenzulernen. Da ich dich jetzt besser kenne, ist es leichter denn je, mit deinen Alexa-Kontakten zu sprechen. Sage beispielsweise Alexa, Nachricht senden. Das kann man nach. Erst da, nach